Beim Daniel, äh, quatsch ich aber, äh, beim, äh, Tobi, sag mal, seit wann hast du mehrere Namen? Beim Tobi war es schließlich viel krasser, drum Männer, denk dran, Vorsicht mit Wasser! Lieber Mond, dir geht es gut, hast keinen Grund zur Klage, du bist im Januar zwölfmal voll, wir sind's alle Tage. Fünfte, Achtung, Neunze, Stemmung, Gertes! Da dieses Treiben sein Ende heute nimmt, stehen wir von tiefer Trauer erfüllt. Voller Obstflor und Jägermeister. Vor unserem hier verblichenen Freund Tobias. Der Rest unserer, ja, der Rest unserer Kirmesgesellschaft hatte Glück, weil Alkohol bekanntlich dumm macht. Und Dummheit macht bekanntlich lang. Und wenn Dummheit lang machte, könnte die Kirmesgesellschaft den Mond im Knien am Arsch lecken. Klappt mal, oder? Achtung, Neunze, Stemmung, Gertes! Liebe Gemeinde, bevor wir nun zum Ende unserer Kirmes kommen, noch ein paar Worte zum Dorfgeschehen. In unserem Dorf gibt es viele Vereine, große und auch viele kleine. So hatte einst vor ein paar Tagen der FSV sie eingeladen. Zum Dimmer waren sie gebeten, da fast kein Schwein war hier vertreten. 20 Jahre FSV, schon so alt, glaubt keine Sau. Ich sag mal so, ihr lieben Leute, wenn man sich auf die Gäste freut, die geladen, wie ich finde, einfach nicht erschienen sind, nur der, der nicht geladen war, das war der Juffa, der war da. Juffa! Achtung, Achtung, Stemmung, Gertes! Ist zwar falsch gesagt, aber ich hab's im Vorhersen gemacht. Die Lösung, man sehr einfach findet, weil Leute mehr Vereinen sind, die Idee ist einfach und schnell. Wir drucken T-Shirts, XXL. Die Feuerwehr ist hinten drauf, Hurra, es brennt, wir rücken aus. Der SCV kommt auf den Bauch, den Grund dafür, den sag ich auch. Wer gern eintrinkt, so wie sich's ziemt, der hat auf diesem Platz verdient. Rechte Schulter, Körnusgruppe, linke Schulter, ist mir schnuppe. So, warte, zwei, ja, ja, sagst du mal wieder. Und im Schritt klebt dort im Schatten, betrifft vor allem der Beutelratten. Und hinten drauf, wenn's mir nicht täuscht, die Öffnung, die Öffnung, wo man schwind entfleucht. Und wer gehört zu dem Verein, kann doch nur ein Arschloch sein. Juffa! Achtung, neunze, Stemmung, Gertes! Drum betet heimlich und gestört, dass ihr zu denen nicht gehört. Wer sich darüber ausgelassen, ihr Leute, ich kann das gar nicht fassen, glaubt es? Ja, es ist der Einer, es ist halt Einer. Der Gert war's, Alexander Keiner. Wir singen jetzt das Lied vom Ende der Kärnis. Sagt, seid bereit. Es war am Ende der Kärnis, der Mond schien senkrecht herab. Da trugen vier trundfeste Burschen die erste Leiche zu krach. Da trugen vier trundfeste Burschen die erste Leiche zu krach. Der Sargwabe hangen mit Flaschen voll Schnaps und labenden Bier. Da rief die Kirmesgesellschaft, oh Tobi, bleibe doch hier. Da rief die Kirmesgesellschaft, oh Tobi, bleibe doch hier. Der Pfarrer stand lächelnd am Grabe, er schaut in die finstere Gruft. Hier oben hast du gesoffen alle Tage und da unten das Schnapsel nach Luft. Hier oben hast du gesoffen alle Tage und da unten das Schnapsel nach Luft. So, sagen Sie mal jetzt, das Gebet einer echten Jungfrau. Oh du mein liebes Gottchen, bewahre mir mein Grottchen. Vor Regen und vor Sturm und vor den bösen Hosenformen. Trinkt, solange die Flasche winkt, nütze deine Tage, ob man im Himmel weiter trinkt. Das ist eine Frage. Senkt ihn hinab, den Schuft, in die dunkle, finstere Gruft. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Ja, 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 ja.